ja wunderbar hier kann man schön amok laufen ja lech hier mal zurück guck mal der rückblick ist kaputt die haben wir gleich verloren wollen wir wetten Ist jetzt keiner am Steuer oder wie habe ich das jetzt gerade gesehen? Entschuldigung! Von oben können sie nicht kommen, sondern von unten. Ah, Parkhaus ist doch nicht schlecht. Wart mal nach. Besser ist, wenn man nachlädt. Von da kommen sie auch. Na danke. Nein, von da kommt sie nicht. Die haben sich das gerade anders überlegt. Ah, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja, das kann doch nicht wahr sein. 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 Bist du mit der Nase im Trick gelandet? Das tut mir aber leid. Ich habe keine Lust auf die Gammelgurke hier. Ich bin gegen alles. gegen Penne, Punk, gegen Polen, gegen Zivilisten. Ich habe doch kein Problem damit. Ich bin Treffer. Ich bin Treffer. Also Treffer ist gegen alles. Nicht ich, aber... Und sein Ego ist... Das ist richtig beschissen, sein Ego. Mörderisch! Kann man sagen. Von oben kann es auch kommen, ne? Hier. Denk ich mir mal. Da stehen nämlich die Polen. Gleich nimmer. Bam! Aber leider nicht getroffen. Schade. Na, die kommen jetzt außenrum gelatscht. Da kommen sie. Da kommen sie. Ich schieße den Schwanz weg, Mann. Ich schieße den Schwanz weg, Mann. Alter... Schade. Schade. Ich bin hier unten, hier bei... Warum seht ihr mich nicht? Ich bin doch hier. Ich bin doch hier. Bam! Jetzt habe ich die Karre getroffen. Was? Ach, kein Gemini, nein. Das kann doch nicht sein. Wo seid ihr, du? Was? Bleibt ihr nur? Guck mal, schau! Tod! Der Tod lässt schön grüßen, er liegt mir schon zu Füßen. Altes Rief von den Onkels. Und wir trinken auf sein Wohl. Nicht dem Helmut Kohl, dem Alkohol. Ja, Killing makes my... Würstchen Haas! Würstchen Haas! Da oben stehen die Schweine. Oder? Da steht sie drauf, ne? Was sag ich doch. Komm, habt euch nicht so, ihr Lutscher! Sterbt gefälligst wie Männer! Ihr Pfeifenhainis! Ja, lass uns gehen! In einem Bein würden wir schon in der Hölle stehen! Und Feuer! Showtime! Bleib liegen! Lappen! Ach, das gibt's doch nicht, ey! Wo kam denn der schon wieder her? Sniper? Man weiß es nicht, ne? Von oben? Ach, guck mal! Ach, guck mal, ey! War schon lang nix mehr hier, ne? Kackenhaus! Schade! Kann der dazu mal schießen? Ach, entschuldigung! Wamsig! 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 Wenn ich dich töten will, dann töte ich dich auch! Und es ist mir scheißegal, ob du rufst! Schwarz, braun, weiß, blass blau getöpfelt bist! Was mir im Weg steht, wird ausgattiert! Ganz einfach! Ja! Was sollen wir dazu sagen? Jamaikaner! Wir haben hier Mexikaner! Wir haben hier eine schwarze Gang! Guck mal, schau! Schwarze Gangwixer! Steig auch, du Gackstelze! Das ist mein Auto! Der Lamar, der geht mir ja so dermaßen auf den Zeiger, ne? Ganz ehrlich! Immer mit so einem, hey Nicke! Kann schon immer hören! Jedes Mal, wenn er kommt, hey Nicke! Dieses Arschloch! Ich bin kein Nicke, alter Mensch! Armleuchter, dämlicher Drecksack! Wohinhalb, der sieht aus wie der letzte Honk, ne? Ah, scheiß die Wandern, alter! Karri gut geparkt! Muss ich ehrlich zugeben! Hm? Ja, mei, äh, hier! Ding deprimiert mich immer! Was? Tschüss! Trevor! Falls du jetzt einen Stein kriegst! Ich bin weg! Was? Ja! Ich hab dran dann aufgepasst, aber ey! Hey, Val! Hm! Ey, Peace, ey! Hey! Hey, ich hab' dich nicht gesehen auf dem Epsilon, Train! Ich komm mal mit dem rechten Flügel nach oben! Ach, leck mich doch! Fuck it! You asshole! Ich hab' immer mal ein Schuh aufblas! Wenn du lust und laune hast! I hear you! G-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g Hey, bros! What's up? I mean, who's it hanging? I don't mean that, I mean, how's it hanging? Jessa! Hey, how you doing? Yeah, yeah, yeah! Um, yeah! Yes? Alright! I love that therapy! Ach, apropos Therapy! Wir könnten mal zum Ding gehen! I know it's rough out there, man! But you gotta have faith, man! Alright? Everything's gonna be okay! Like the therapist above says, man, it's gonna be okay! Alright? You gotta chill the hell out, man! Alright? Otherwise, it's not gonna be too good! You gotta enjoy life! Alright? Because the alternative is not so good! Not so good, man! Hey, Jesus! Wie hast du's eigentlich vom, vom Kreuz runter geschafft? Huh? So, like the alternative to life, man, is death! And the interesting thing is that, well, life is cool, but so is death, man! I mean, life is like a crazy mindfuck! And then death! Well, I mean, that's like a crazy mindfuck too, man! It's outrageous! Praise! Oh, man! It's so rad! I mean, I mean, I was sent here to clear things up! And it's not that people don't understand, it's just that people don't understand! I mean, like, hey, you know, you gotta do the right things, not the lame things! It's like when you get ten coffees, okay? And then you get the stickers that say you get a totally free one, man! I mean, that's outrageous! Unfassbar! Das wollte ich dir noch sagen, Jesus! Du bist das letzte Arschloch! Der wirklich allergrößte mutterfucker auf diesem gottverdammten scheiß Planeten! Nur um sicher zu gehen, dass das Arschloch auch wirklich tot bleibt. Ja. Was macht eigentlich Franklin? Weil wir gerade dabei sind. Michael haben wir ja gerade getroffen. Der hat Jesus erschossen. Der wird auch, der ist jetzt im Moment, also hier heißt er Jesse. Aber im Ding heißt er Jesus. Ich weiß nicht, wie ich die Musik singe. Ich habe doch gerade irgendwas runtergedreht. Oh, Badstandschwalbe, Badstandschwalbe. Ich war eine neue Freundin. Äh. Ja, Freundin der Nacht. Ich würde mal sagen, wir machen hier ein kleines Päuschen. Ich hätte es ja nicht belästigen sollen. Schau los, dass du deine fetten Stelzen ja wegbewegst, ey. Sonst dreh dich hier ins Kreuz. Ja, wir speichern. Wir haben ja schon, wie war meine ich, 7.15 Uhr haben wir schon. Boah. Alter Mann. Neun Spielstand anlegen. Ja, ich habe gestern noch ein bisschen geguckt, dass ich das irgendwie mit dem Ding hinkriege. Deswegen sind das so viele Blitzaktionen. Na, du. Tanzt für mich. Mein fetter Arsch, Putti. Heißt das übrigens. Ja, das sind die ganz verrückt danach in Ameland. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Die stehen auf so dicke Ärsche. Ich... Geht so geil. Ich kann mir das eben... Was schde. Ich kann mir das eben nicht addresser. y Das ist irgendwie nicht. Nee, das ist... Verpisst euch. Da ist nichts mehr zu machen. Das ist Tohoot. Das habe ich in den Erdboden gedreht. Das ist Tohoot.